Ich grüße Sie herzlich zu unserem heutigen Spezialthema. Wer war Darius der Meder? Die Geschichte einer Problemlösung. Ich möchte eingangs einige Verse lesen aus Daniel 5, der letzte Vers. Noch in derselben Nacht wurde König Belschatzar, der ein Chaldea war, getötet. Und Darius, ein Meder, übernahm im Alter von 62 Jahren die Herrschaft. Darius beschloss, 120 Satrappen über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Diese Stadthalter unterstellte er drei Ministern, von denen einer Daniel war. Sie hatten ihnen Rechenschaft abzulegen, damit der König nicht belästigt wurde oder zu Schaden kommt. Bald stellt sich heraus, dass Daniel den anderen Ministern und den Satrappen weit überlegen war, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm wohnte. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Und weil er diese Absicht hatte, versuchten dann die Minister da zu integrieren und haben dann den König Darius der Meder überzeugt, ein Gesetz zu erlassen, um eigentlich Daniel zu fangen. Es ging eigentlich nur darum, Daniel reinzulegen. Ein Gesetz zu machen, das niemand für 30 Tage zu irgendeinem Gott bitten durfte. Und der Darius der Meder lässt sich darauf ein, merkt erst hinterher, dass er reingelegt worden ist. Und dann erkennt er, dass das Gesetz nur deswegen entwickelt wurde, damit Daniel praktisch zu Tode gebracht wird. Denn auf das Nichtbefolgen des Gesetzes war die Todstrafe gestellt. Und er versucht dann Daniel zu retten, aber er kann es nicht, weil das Gesetz der Meder und Berser nicht verändert werden kann. Und er hat das Gesetz eben erlassen. Und Gott greift dann aber ein und rett Daniel aus der Löwengrube. Aber von daher ist dieser Darius der Meder eine sehr interessante Gestalt, auch eine sehr wichtige Gestalt. Und nach der Aussage der Bibel eben der Herrscher des Meder-Bersischen Weltreiches zu der damaligen Zeit. Und damit gibt es ein Riesenproblem. Wir werden in diesem Vortrag etwas hören über die Problemstellung. Dann die Problemlösungen vor 1880. Da wurden dann bestimmte Entdeckungen gemacht, archäologisch. Dann die Problemlösung nach 1880. Und dann werden wir ein Fazit haben. Ich muss ein bisschen eine Vorwarnung geben. Es wird heute richtig tief. Nicht deshalb, damit man nicht sagen kann, es gäbe da im ICF keine tiefe Lehre. Sondern der Grund hat damit zu tun, dass ich eben als Bibellehrer unterwegs bin und viele Jahre das Buch Daniel unterrichtet habe. Und eben jetzt auch im Rahmen meines Daniel-Kommentars, der hoffentlich Ende des Jahres erscheinen wird, eben mich intensiv auch noch mal intensiver mit diesem Thema beschäftigt habe. Und Sie hören praktisch heute einen Auszug, was dann in diesem Daniel-Kommentar zu finden ist. Die Problemstellung besteht darin, dass wir eine große Diskrepanz haben zwischen dem biblischen Befund, wo im Kapitel 6 von Darius dem Meder die Rede ist, und den außerbiblischen Quellen, wo wir diesen Namen überhaupt nicht finden. Es gibt zwar drei Perser-Könige unter dem Namen Darius, doch erscheint der erste davon, Darius der erste, erst 522 vor Christus. Während gegen das, was wir in der Bibel finden, 539 vor Christus sich abspielt. Also ist dieser Darius der erste auf jeden Fall nicht der Darius der Bibel. Und die anderen Darius, die es dann auch noch gibt in der Geschichte, die bekannt sind, die kommen ja dann noch viel später. Also keiner von diesen drei Berser-Königen, die unter dem Namen Darius bekannt sind, haben mit diesem Darius in Daniel 6 irgendetwas zu tun. Dass Darius der Meder die Königsherrschaft empfing, deutet an, dass sie ihm von höherer Stelle gegeben wurde. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal von einem Menschen, zum Beispiel dem König Chores, also oberer Babylons. Immer oberer Babylons. Oder von Gott, als demjenigen, der Könige einsetzt, wie es auch in Kapitel 4, Vers 22 heißt. Und diese Deutung der Passivform ist aber nicht zwingend, da der Text eben nur belegt, dass er bisher noch nicht König über dieses Gebiet war. Die Altersangabe von 62 Jahren wurde erstaunlich unterschiedlich gedeutet. Einmal als exakte historische Angabe. Das ist das, wie die normalen Bibelleser das verstehen, als exakte historische Angabe. Man gesehen ist als Hinweis, dass dieser König aufgrund seines hohen Alters eben schon bald wieder abgelöst werden soll. Also da ist ein alter Mann König geworden, der wahrscheinlich nicht lange mehr lebt. Andere historisch griechische Ausleger sehen hier einen historischen Fehler in diesen 62 Jahren im Zuge einer Verwechslung oder Vermischung. Und Goldingay, er hält diese Altersangabe für komplett konstruiert, um eine Verbindung zum Menethekel herzustellen, um so die Erfüllung von Kapitel 5, Vers 25 zu erweisen, in dem bei der Lesart Miene, Miene, Schäkel und Halbschäkel Miene für 60 Schäkel steht, plus ein Schäkel und zwei Halbschäkel gibt dann 62. Also es ist eine sehr fantasiereiche Kombination, die Goldingay da herausarbeitet und extrem unwahrscheinlich ist, dass dieses Konstrukt wirklich zutrifft. Wir werden jetzt die Identität Darius des Meders erforschen und das hat eine sehr lange und komplexe Auslegungsgeschichte, wobei diese Debatte in den Jahrhunderten oft sehr hitzig geführt wurde. Die mit ihr verbundenen Argumentationen sind aber in vielerlei Hinsicht sehr aufschlussreich und wirklich für den Leser lohnend, auch wenn man eine abschließend allgemein anerkannte Erklärung der Identität von Darius des Meders nicht hat bis heute. Aber man kann sehr viel daraus lernen, wenn man sich mit dieser Geschichte der Problemlösung befasst. Zunächst mal die Lösungsvorschläge bis 1880 nach Christus. Zur Klärung der Identität von Darius des Meders standen als Hauptquellen bis zu dieser Entdeckung wichtiger Keilschriften im Jahre 1880 nach Christus standen neben Daniel nur folgende Quellen zur Verfügung. Einmal der griechische Historiker Herodot, 485 bis 425 vor Christus. Dann Xenophon, 430 bis 355 vor Christus. Und der jüdische Historiker Josefus, etwa 37 bis 100 nach Christus. Das sind die Quellen, die man vor 1880 hatte, um irgendwie Informationen einzuholen im Blick auf diese Zeit und Darius den Meder. Die Mehrheit der Ausleger und die meisten Konservativen identifizierten Darius den Meder damals aufgrund von den Aussagen Xenophons in seinem Roman Zyropedia, also die Erziehung von Kyros, dort in Kapitel 1, Kapitel 5, Vers 2, also im ersten Buch, Kapitel 5, Vers 2, aufgrund dieser Aussage von Xenophon wird er identifiziert mit Kyaxares II., dem Sohn des Astyurges. Und dieser Kyaxares II. war der letzte Mederkönig und Schwiegervater des Chores, der zeitweilig zusammen mit Chores dessen Mitregent war, wobei Alter, Eltern und Nationalität dem biblischen Bericht entsprachen. Und von daher wurde das geglaubt, weil man das Zeugnis von Xenophon ernst nahm und nicht hinterfragte. Und deswegen wurde die Identität hergestellt zwischen Darius den Meder und Kyaxares II. Diese bereits von Josephus im ersten Jahrhundert vertretene und von Hieronymus im dritten Jahrhundert bezeugte Identifikation wurde später auch von Calvin, Ascher, Rowling, Loth und anderen akzeptiert. Im 19. Jahrhundert von namhaften Gelehrten wie Clark, Horn, Gesenius, Pridot, Hengstenberg, Kyle und Zöckler und sogar noch Anfang des 20. Jahrhunderts von Auchin Koss. Die Gewissheit für die Richtigkeit dieser Position brachte Kyle treffend zum Ausdruck, als er schrieb. Also Kyle ist ein Gläubiger, Exeget des 19. Jahrhunderts und er hat dann geschrieben, der Bericht des Xenophon über Kyaxares stimmt so völlig mit der Erzählung Daniels über Darius den Meder überein, dass, wie sogar Hitzig bekennt, und Hitzig war ein kritischer Geist, die Identität der beiden über jeden Zweifel erhaben ist. Also das war Ende des 19. Jahrhunderts ein Konsens, dass Kyaxares, der zweite, Sohn des Astyages, Idenisch ist mit Darius den Meder und die Hauptquelle dafür war eben Xenophon. Eine ausführliche Liste der Vertreter dieser Positionen und ihre Argumente liefert ein gewisser S.D. Anderson, der eine Dissertation geschrieben hat am Dallas Theological Seminary 2014, Darius the Meder Reappraisal, wo er diese Position neu aufwärmt auch und da eben sehr ausführliche Literaturangaben gibt, wer das alles vertreten hat, diese Position. In dieser Zeit vor 1880 gab es nur vereinzelte Stimmen, wo etwas anderes gesagt wurde als diese Identifizierung mit Kyaxares dem Zweiten. Das waren wirkliche Sondermeinungen, wo es dann jeweils nur einen oder vielleicht mal zwei Autoren gab, die dann diese Spezialmeinung vertreten haben, weil sie waren auch alle extrem wenig überzeugend und haben sich überhaupt nicht irgendwie ausgebreitet und durchgesetzt, weil es wirklich extreme Sondermeinungen sind. Ich will sie nur kurz nennen. Astyages, der Sohn des Kyaxares I. und nach Herodot war dieser Astyages der letzte Mederkönig. Nach Xenophon war es Kyaxares II. Also glaubt man Herodot, und damals hat man mehr dem Xenophon geglaubt, aber glaubt man Herodot, dann käme Astyages als letzter Mederkönig infrage. Und das hat Kleinert vorgeschlagen und hat dann gesagt, der Kyaxares II. das wäre ein Neffe und die hätten dann eine gemeinsame Regierung gehabt. Eine zweite Meinung ist, ein unbekannter, jüngerer Bruder des Astyages, der ebenfalls Sohn von Kyaxares I. war, der zusammen mit seinem Neffen Kyaxares II. regierte. Das hat Kleinert gesagt. Die erste Position war von Nibur. Eine dritte Position, Kyaxares II., aber jetzt nicht als Sohn des Astyages, sondern als Bruder des Astyages und somit Sohn des Kyaxares I. Da gab es zwei Autoren, Schulze und Zündel, die das vorgeschlagen haben. Ein vierter Vorschlag war Nabonidus, aufgrund der Identifikation des außerbiblisch unbekannten Belschatza mit Labasche Maduk, hat Ebrat vorgebracht und manche Forscher plädierten auch für Nere Glissa, aufgrund der Identifikation des außerbiblisch unbekannten Belschatza mit Evelmerodach. Oder ein weiterer Vorschlag war Darius Hystaspes, bekannt als Darius der Große, wobei der makabäische Verfasser des Daniel-Buches eine unbekannte Persönlichkeit mit diesem verwechselte. Das waren alles so Sonderstimmen, die sich aber in keinster Weise durchgesetzt haben. 1880 nach Christus führten dann wichtige archäologische Entdeckungen aus babylonischer und medopersischer Zeit zu einer Neubelebung der Diskussion unter völlig verendeter Quellen- und Faktenlage. Die Auswertung der Chronik des Nabonidus, ein Keilschrift-Text, den man dann da gefunden hat, die Auswertung des Chronik des Nabonidus, des Chores Zylinders und einer Vielzahl anderer antiker Keilschriften aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, das kommen endlich praktisch an Quellen ran, die ganz nahe an den Ereignissen liegen, die zwangen zu einer völligen Neubewertung, wodurch alle bisherigen Meinungen als falsch erwiesen wurden, und dafür sechs neue Vorschläge auf den Tisch kamen. Im Zuge der Neuentdeckungen kam es bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Umschwung bei den Historikern, in dem bezüglich der historischen Glaubwürdigkeit Herodot aufgewertet und Xenophon abgewertet wurde. Das heißt, bei der Rekonstruktion der Geschichte der Meder und Perser hat man mehr und mehr Herodot gegenüber Xenophon den Vorzug gegeben. Vor allem übernahm er dann aus dem Bericht des Herodots zwei entscheidende Eckpunkte. Und das war dann entscheidend auch dafür, warum Kyaxares der Zweite als Lösungsmöglichkeit praktisch weggefallen ist. Der erste Eckpunkt war, dass man eben mit Herodot dem Historiker Herodot dann der Auffassung war, dass Astyorgas, der letzte Mederkönig, keinen männlichen Erben hatte. Und Kyaxares der Zweite kommt eben bei Herodot gar nicht vor, im Gegensatz zu Xenophon, wo Kyaxares der Zweite eine große Rolle spielt. Aber bei Herodot ist er unerwähnt und man ging davon aus, dass Astyorgas keinen männlichen Erben hatte. Und eine zweite Annahme, die war dann auch noch ganz entscheidend, wenn man Herodot den Vorzug gibt, ist, dass der persische König Chores bereits 550 vor Christus seinen Oberherrn Astyorgas besiegte, wodurch bereits damals die Oberherrschaft über das Medo-Persische Reich von den Medern auf die Perser übergegangen wäre. Bereits lange bevor Babylon erobert wurde durch Chores. Und dieses Narrativ wurde dann auch noch durch die Tatsache begünstigt, dass wie bei Herodot auch in den Keilschrifttexten keine Erwähnung von Kyaxares dem Zweiten stattfindet. Also wir haben den nur bei Xenophon. Also dieser Umstrung bei den Historikern hatte sehr weitreichende Folgen für die Auslegung und hat zwei Eckpunkte festgezurrt, die dann praktisch als Hauptargument auch gegen Kyaxares dem Zweiten ins Feld gebracht wurden. Wir kommen zu den Lösungsvorschlägen nach 1880 nach Christus. Und die sind jetzt sehr interessant. Gubaru alias Gubrias was bedeutet das? Dieser Vorschlag war die neue Hauptmeinung die von 1880 bis 1935 vertreten und vereinzelt auch bis in die 1950er Jahre verteidigt wurde. Und diese Meinung besagt, dass der Darius der Meder den wir in Daniel haben und nur in Daniel haben, dass der mit Gubaru wie wir in den Keilschrifttexten finden und auch mit Gubrias wie er bei Herodot und Xenophon genannt wird, dass das eine und dieselbe Person ist. Und dabei wurden auch Gubaru und Gubaru damals noch als eine Person betrachtet, weil die Keilschriftzeichen für Uk und Gu sehr ähnlich waren und daher eine Verwechslung oder diese Abweichung in der Schreibung sehr naheliegend war. Nach damaligem Kenntnisstand gemäß der Chronik des Nabonidus wurde Babylon tatsächlich von Ugbaru erobert. Also er war der Feldherr, der im Auftrag von Chores Babylon tatsächlich erobert hat. Er war der Stadthalter von Gutium, einer Region Mediens im südwestlichen iranischen Hochland und er war Oberbefehlshaber der persischen Truppen beim Fall Babylons. Das zeigen uns die Keilschrifttexte. Gubbaru berief dann auch untergeordnete Beamte in Babylon und daher muss er eine Stellung dort haben und wurde später von Chores zum Stadthalter Babylons und des Gebiets jenseits des Stromes eingesetzt. Und danach starb Ugbaru. Und dadurch gibt es erstaunliche Parallelen zwischen dieser Person der eben medischen Hintergrund hatte und der unter Chores wirkte von Chores eingesetzt wurde als Stadthalter was man auch dann wie ein König benennen könnte in Daniel und so schienen die Parallelen zu Daniel 6 sehr offensichtlich. Doch je tiefer man dann eintrang und sich mit den Keilschrifttexten und dieser ganzen Sache in Matthäe beschäftigte desto mehr Unstimmigkeiten zeigen sich dann in den Zeugnissen die Unstimmigkeiten Einmal Xenophon nennt Gobrias einen asylischen Prinzen im fortgeschrittenen Alter also asylischen Prinz nicht medischen Prinz Herodot jedoch bezeichnet ihn als Perser auch nicht als Meder Rale deckte die Schwächen dieser Identifikation dann schonungslos auf 1935 in seinem Werk im Ergebnis gab es kein Beweis dass Gobrias Darius genannt wurde dass er ein Meder war oder ein Sohn des Ahasvaros also die ganzen Übereinstimmungen die es bräuchte um diese Figur mit Darius den Medern in Daniel zu identifizieren sind praktisch nicht bewiesen auch ist nicht bewiesen dass er den Königstitel trug später erkannte man sogar und das war dann praktisch tödlich für diese ganze Position dass dieser Heerführer Ubaru der Babylon eroberte kurz nach der Oberung schon verstarb also wenige Tage nach der Oberung ist er verstorben während Ubaru mindestens bis zum fünften Jahr des Kampuses Stadtteil der Babylons und des Gebiets jenseits des Stromes war also irgendwas stimmte da jetzt hier nicht bei dieser ganzen Deutung 1982 versuchte der adventistische Theologe Wilhelm Scheer die Deutung auf den General Ubaru wiederzubeleben indem er den Nachweis versuchte dass dieser erst frühestens ein Jahr nach der Eroberung Babylons starb also nicht wie man allgemein annahm hat wenige Tage 16-17 Tage nach der Eroberung sondern erst ein Jahr und zwar erst nachdem er gegen Ende des ersten Regierungsjahres des Chores auch den Titel bekam König von Babylon König der Länder das hat Scheer versucht zu beweisen und dadurch wäre genügend Zeit gewonnen um die Ereignisse in Daniel 6 unter zu bringen doch die Gründe für Scheers Datierung des Todes von Ubaru dass er das praktisch weiter nach hinten verschiebt die wurden von Grabe massiv infrage gestellt zumal Daten babylonischer Dokumente nahelegten dass im ersten Jahr der Herrschaft des Chores über Babylon dessen Sohn Kambüsses für etwa ein Jahr als König über Babylon bezeichnet wurde Also von daher ist dann gar kein Platz für einen zweiten König über Babylon ehe Babylon aus ungeklärten Gründen dann Chores direkt unterstellt wurde und so hat Scheer das ist sehr zu loben das auch eingesehen und hat in einer späteren Publikation diese Position dann nicht mehr vertreten also hat Pakistan wieder wieder rufen ein zweiter Vorschlag wenn es jetzt diese Lösung nicht ist war Kambüsses alternativ zu dieser neuen Hauptmeinung die sie bis 1935 etwa gehalten hatte plädierten bereits viele Jahre später Winkler 1901 und Riesler 1902 für Kambüsses als die Person die mit Darius de Meda zu identifizieren wäre Kambüsses lebte allerdings war zu einem späteren Zeitpunkt in der Herrschaft nämlich 530 bis 522 vor Christus er war Sohn und Nachfolger des Chores und aber erst im Jahr 1923 hat Bautflauer ein sehr wirkungsmächtiger Exeget diese Theorie zu einer größeren Bedeutung verholfen Kambüsses wurde tatsächlich für etwa ein Jahr König von Babylon genannt das würde also passen er hatte auch bestimmte Verbindungen nach Babylon und er repräsentierte sein Vater Chores beim alljährlichen Neujahrsfest in Babylon das im Frühjahr gefeiert wurde also da gibt es schon gewisse Verbindungen von Kambüsses natürlich zu Babylon aber gegen diese Theorie ihn mit Darius der Meda zu identifizieren gibt es massive Einwände einmal das hohe Alter des Darius bei Regierungsantritt passt überhaupt nicht zu Kambüsses der war als junger Mann König geworden dass beide Elternteile von Kambüsses Perser waren lässt dann auch keinen Spielraum dass er Darius der Meda genannt wird und außerdem lebte Kambüsses gar nicht in Babylon das war ja nur eine Residenzstadt des Medo-Persischen Reiches er lebte anderswo und er war auch kein Sohn des Ahasveros also das spricht einfach viel zu viel dagegen sodass diese Theorie aufgegeben werden musste was hat man dann und dann kam die Reflexionshypothese die heute gängige historisch-griechische Meinung ist die Reflexionshypothese und die hat Driver entwickelt 1923 als Bautflower der der Theorie mit Kambüsses gerade zum Durchbruch verhalf da hat Driver diese andere Theorie entwickelt diese Reflexionshypothese Montgomery ein ganz hervorragender hoch anerkannter gelehrter Exeget der einen Wahnsinnskommentar geschrieben hat der auch 100 Jahre später noch ein Muss ist wenn man Daniel betrachtet Montgomery hat 1929 dann in seinem Kommentar diese Reflexionshypothese unterstützt auch Charles und dann vor allem Rowley hat dann diese aufgegriffen 1935 und sie zum Durchbruch verholfen und das hat zur völligen Ablösung dieser ersten Hypothese nach 1880 geführt was sagt die Reflexionshypothese nach ihr ist die Figur Darius der Meder ein literarisches Konstrukt also eine rein literarische Erfindung des Autors und zwar um die historische Lücke zu schließen die zustande kommt weil der Verfasser nach Meinung der historisch-griechischen Ausleger eine fehlerhafte Geschichtsauffassung hat die fehlerhafte Geschichtsauffassung von diesem Verfasser der ins zweite Jahrhundert datiert wird zur Zeit der Makabea diese fehlerhafte Geschichtsauffassung meint dass es praktisch zwischen dem Babylonischen Reich und dem Persischen Reich noch ein medisches Reich gegeben hätte eben Darius dem Meder als König dazwischen bevor dann Chores die Herrschaft übernahm und das ist aber ungeschichtlich das ist so nicht gewesen die Geschichte ist ganz klar wir haben das Babylonische Reich dann haben wir ein Medo-Persisches Reich wo erst die Medern dann die Perser die Vorherrschaft hatten in diesem Medo-Persischen Reich und dann kommt das Griechische Reich und dann das Römische Reich aber eben nicht ein eigenständiges medisches Reich zwischen Babylonischen und Persischem Reich aber diese fehlerhafte Geschichtsauffassung wird dem Verfasser aus dem zweiten Jahrhundert unterstellt und man behauptet dann dass er diesen Darius Meder konstruiert um seine fehlerhafte Geschichtsauffassung praktisch zu retten und dieses Missverständnis dass da ein medisches Zwischenreich ist wäre auch durch die Propheten noch befördert worden weil sie von einer Eroberung Babylons durch die Meder sprachen wohingegen ja Chores ein Perser war und er war der Feldherr also der maßgebliche König der die Eroberung Babylons besorgte aber auch wenn sein Feldherr Ubaru dann eingenommen hat diese Stadt aber es war unter Chores dem Perser aber die Bibel spricht in Jesaja 13 Vers 17 Jesaja 21 und Vers 2 und in Jeremia 51 Vers 11 und Vers 28 also an vier Stellen spricht sie davon dass die Meder Babylonien erobert hätten und demnach braucht man einen medischen König zwischen Belshazzar dem letzten babylonischen Herrscher und dem Perser Chores weiter geht die Reflexionshypothese davon aus dass der in Bezug auf die babylonische und persische Geschichte unkundige Autor des Daniel Buches aus dem 2. Jahrhundert diese imaginäre Gestalt Darius der Meder erfindet und sie charakterisiert indem er von zwei verschiedenen historischen Gestalten Anleihen nimmt einmal verschiedene Fakten zu Chores und der hat von 539 bis 530 war er König über Babylon und Darius Hystasbes der Nachfolger seines Sohnes Campusus 521 bis 486 vor Christus und hätte fakten und Daten aus diesen beiden Herrscher gestalten vermischt oder auch verwechselt und das auf Darius dem Meter projiziert als er ihn konstruiert hat vermischt habe er den Fall Babylons von 539 mit dem von 520 wo am Ende vor Darius dem Ersten mit 520 sowie die Aufstellung von 120 Satrappen mit der späteren Einteilung des Reiches in 20 Satrapien durch Darius den Ersten verwechselt habe er das Alter des Darius mit dem von Chores den Chores sein Jünger gewesen auch das Verwandtschaftsverhältnis von Darius dem Ersten Hystaspest und Xerxes dem biblischen Ahasveros aus dem Buch Esther sowie auch die Nationalität des Darius des Ersten Hystaspest also er hat hier Vermischungen und Verwechslungen gehabt und aus diesen zwei Gestalten den Darius Semeda konstruiert und das hat Rolle praktisch dieser Theorie die schon Driver ein sehr kritischer Geist 1923 entwickelt hatte hat er 1935 dann zum Durchbruch verholfen und das ist bis heute die gängige Auffassung über die Identität von Darius Semeda in der historischen Theologie Aufbauend auf eine sehr gute Zusammenfassung der bisherigen Forschungsgeschichte hat Rowley damals eben vernichtende Kritik an allen bisherigen Theorien geübt die aufgestellt wurden über die Identität des Darius und besonders vernichtend hat er die Gleichsetzung Darius de Meda mit Goprias und diesem Kubaro Ugbaro vernichtet in diesen Ausführungen sodass diese aufgegeben wurde deswegen reichte auch nur bis 1935 denn dann kam Rolles Reflexionshypothese hat sich dann durchgesetzt das war der erste große Punkt eben Vernichtung aller bisherigen Theorien und vor allem der damals herrschenden Theorie der Identität zwischen Goprias und Kubaro Ugbaro außerdem trug es maßgeblich zur Durchsetzung der Reflexionshypothese in der historischen Christologie bei und zwar wie er sagt aufgrund unwiderlegbarer Beweisführung also er hat Argumente vorgelegt und das hat er als unwiderlegbare Beweisführung dargestellt für diese ungeschichtliche Reihenfolge der vier Weltreiche Babylonien Medien Persien Griechenland im Danielbuch das ist nicht die geschichtliche Reihenfolge der Weltreiche aber das sei eben die ungeschichtliche Reihenfolge der Weltreiche im Danielbuch die auf das Konto des Verfassers im zweiten Jahrhundert geht der halt keine Ahnung von der Geschichte hat es ja ganz offensichtlich dass diese Reflexionshypothese an ganz ganz vielen Stellen extrem bibelkritisch ist und aufgrund dieser bibelkritischen Implikationen ist die auch für konservative Ausleger und Leute die das Wort Gottes für wahres Wort halten völlig unannehmbar aber da muss man sich fragen ob dieses mit diesem falschen Geschichtsverständnis überhaupt einer Tatsache entspricht denn die Geschichtskenntnisse des Verfassers über das medopersische Reich sind nämlich überhaupt nicht so schlecht wie behauptet würde sogar Montgomery gibt zu in Bezug auf Kapitel 8 Vers 3 bis 4 wo von Wider und Ziegenbock gesprochen wird die Momente der Vision über die Hörner dort in Kapitel 8 3 bis 4 in Daniel repräsentieren zutreffend die Beziehung von Medien und Persien bezüglich Macht und Zeit dass nämlich zuerst Medien den Vorrang hat und dann Persien kommt aber Persien insgesamt noch mächtiger wurde als Medien also in dieser medopersischen Herrschaft und das ist völlig zutreffend geschildert von daher sagt Montgomery zu Recht also so ahnungslos ist der Verfasser offenbar nicht wenn er diese Verhältnisse in Kapitel 8 sehr treffend deutet trotzdem ist die biblische Theologie bis heute völlig überzeugt dass der Verfasser ein falsches Geschichtsbild hier hat mit diesem Reihenfolge Babylonien Medien Persien und Griechenland und dass die Reflexionshypothese zutreffend sei dass der Darius der Meder reines Konstrukt ist um hier dieses Zwischenreich Medien da einzubauen für bibeltreue Auslegung ist es völlig unannehmbar diese Position und von daher ist klar dass man sich damit nicht zufrieden geben kann und nachdem diese erste Deutung die immerhin 55 Jahre sehr stark anerkannt war eben Darius der Meder ist dieser Gubaro in den Keilschrifttexten der ist identisch mit dem Gobrias bei Herodot und Xenophon dass diese Person das ist das ist zertrümmert worden von Raleigh stattdessen die Reflexionshypothese aufs Schild gehoben worden aber bibeltreue Ausleger konnten damit natürlich nicht zufrieden sein und so kam es zu weiteren Meinungen nämlich zur Identität dass Darius der Meder niemand anderes ist als Chores der Große also der Chores der auch in der Bibel vorkommt und das war Donald G. Wiseman er hat 1957 1965 1967 in weiteren Veröffentlichungen diese Meinung ausgezeichnet begründet und zwar dass Darius der Meder der in Daniel 6 1 9 1 und 11 1 vorkommt und Chores der Perser der in Daniel 6 29 und 10 1 vorkommt ein und dieselbe Person seien und das ist dadurch gelungen die zu identifizieren dass er Kapitel 6 Vers 29 völlig überraschend neu übersetzte ich lese in meiner Übersetzung hier die das ist die neue evangelistische Übersetzung da heißt Vers 29 dieser Daniel war ein einflussreicher Mann unter der Regierung des Darius und auch unter der des Persers Kyros also bei dieser Übersetzung und so hat man es eigentlich bis dahin bis Weissmann immer verstanden sind es natürlich zwei verschiedene Personen und Daniel war zuerst hat geblüht unter eben dem Meda König Darius Darius der Meda und als er dann starb dann unter Chores und jetzt übersetzt Weissmann diesen Vers anders und übersetzt folgendermaßen und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius nämlich im Königreich des Kyros von Persien mit diesem Geniestreich schien der gottische Knoten der Identität von Darius der Meda durchschlagen auf einmal hat sich das Problem wer ist Darius der Meda in Luft aufgelöst durch eine andere Übersetzung die auch möglich ist von der Grammatik her ist das möglich war nur noch nie jemand drauf gekommen aber er kommt drauf und übersetzt das und hier epizegetisch sprich als nämlich oder das heißt und dadurch werden die zwei Personen identifiziert und zu einer und das Problem löst sich in Luft auf aber das war wirklich ein Geniestreich und hat für viel Erstaunen und viel Beifall geführt ihm folgten dann ganz viele Ausleger Bulmen Alan Millard eine Kapazität auf dem Gebiet der biblischen Archäologie sehr gläubiger Mann Baldwin auch gläubiger Kommentator Kolles Miller Lukas Hamann 2007 Stefanovic 2007 Steinmann 2008 Hill 2008 Law 2010 Graidanus 2012 Haus 2018 also bis in die jüngste Zeit wird diese Theorie von namhaften Exegeten vertreten das sind natürlich in der Regel keine historischen christlichen Exegeten sondern bibeltreue Ausleger und die haben hier eine klare Alternative eine faszinierende Alternative mit dieser Deutung zu dieser Reflexionshypothese und es gibt fünf Gründe fünf Hauptgründe für diese Identifikation die fünf Hauptgründe Weismans sind erstens Stattarius der Meder und Chores übersetzt Weisman mit Arius der Meder nämlich Chores oder das heißt Chores diese Konjunktion und Hebräisch Waff kann tatsächlich in diesem Vers Kapitel 6 Vers 29 am Ende auch epizegetisch das heißt erklärend übersetzt werden mit das heißt oder nämlich und das ist auch in der Bibel durchaus mal der Fall in erster Chronik 5 Vers 26 ist genau dass der Fall und da gibt es auch keinen Streit drüber dass hier das und epizegetisch übersetzt werden muss der Vers lautet und der Gott Israels erweckte den Geist des Pul des Königs von Assyrien nämlich den Geist Tiglat-Belesa des Königs von Assyrien also Pul ist einfach ein anderer Name für Tiglat-Belesa das sind ein und dieselbe Person und deswegen ist nicht mit und zu übersetzen sondern besser mit nämlich zu übersetzen da gibt es auch keinen Disput an dieser Stelle und so wie also in dieser Stelle erster Chronik 5 Vers 26 sagt Weisman so sollte man hier auch in Daniel Kapitel 6 Vers 29 übersetzen das ist das erste Argument sprachlich völlig legitim und möglich zweier Argument der Berser Chodes hat auch medisches Blut Darius könnte allgemeiner Titel sein gar kein Eigenname und es bestätigt praktisch es dient dazu die Betonung dass er ein Meter ist bedient dazu um zu bestätigen dass die Propheten Recht hatten wenn sie Daniel als wenn sie sagen Darius der Meter war König so dass die Meter eben Babylonien besiegt haben nach Herodot und Xenophon ging Chores aus der Ehe zwischen Mandane der Tochter des Meter Königs Astyrages und Campuses dem ersten hervor den Herodot in seiner fabulösen Herkunftsbeschreibung eine niedere Herkunft beschreibt also nach Herodot ist der Vater hier eine niedere Herkunft Xenophon aber hat ihn korrekt als König der Perser identifiziert somit flossen in seinen Adern medisches und persisches Königsblut also nochmal ich habe mich jetzt ein bisschen verhaspelt hier also Campuses der erste ist der Vater von Chores und der ist Perser aber nach Herod und Xenophon ging aus einer Ehe zwischen Mandane der Tochter des Mediakönigs Astyrages und Campuses dem ersten hervor den Herodot in seiner fabulösen Herkunftsbeschreibung eine niedere Herkunft bescheinigt Xenophon aber korrekt als König der Perser identifiziert nach diesem Zeugnis schlossen also medisches und persisches Königsblut gleichermaßen in den Adern von Chores dann da die Haranstele im 10. Regierungsjahr des Nabonidus also bereits 546 vor Christus nach einem anderen Ausleger Belieu erst gegen Ende seiner Regierungszeit 542 bis 40 vor Christus Chores als König der Meder bezeichnet wurde wäre die bibische Bezeichnung Darius der Meder für Chores legitim das ist ein interessanter Punkt Chores hat nicht nur medisches Blut sondern nach der Haranstele hat er auch den Titel König der Meder getragen wird sogar vor seiner Eroberung Babylons datiert und daher wäre Darius der Meder als Bezeichnung für Chores den Perser legitim darüber hinaus nimmt Archer an dass Darius ein Titel war mit der Bedeutung der Königliche abgeleitet von Dara das in Avestan Persisch für König steht nach Weismann könnte Chores daher die Bezeichnung Darius der Meder gegenüber seinen medischen Untertanen benutzt haben um seine Nähe zu ihnen auszudrücken er war Chores der Perser aber gegenüber seinen medischen Untertanen hat er sich dann als Darius der Meder zu erkennen gegeben Daniels Gebrauch des Namens Darius könnte sein Weg sein die Erfüllung der Worte der Propheten Jesaja und Jeremia die sagen dass die Meder Babylon eingenommen haben um das zu betonen so schlägt das Steinmann vor in seinem Kommentar 2008 ein drittes Argument das angegebene Alter von 62 Jahren bei Regierungsantritt über Babylon passe ebenfalls zu Chores da er im Jahr 530 vor Christus laut Xenophon als alter Mann starb viertens Doppelnamen von Monarchen befinden sich bereits in der Bibel also es kommt häufig vor in der Bibel dass Könige mit zwei verschiedenen Namen bezeichnet werden so hieß Asaja auch Usia oder Jehoiachin wird auch in der Bibel Jehonja und Konja genannt also kein Problem ein oder selbe König tritt mit verschiedenen Namen auf aber nicht nur in der Bibel ist das wiederholter Fall sondern auch in Mediopersien wurde einem Monarchen bei einer Krönung normalerweise immer ein zweiter Name zugesellt ein neuer Thronname sozusagen und dieser neue Thronname wurde dann meist in den offiziellen Berichten auch genommen und der wird auch von den modernen Historiken verwendet so ist Adaxerxes der Erste er wurde dann zu Chores mit der Thronbesteigung oder Darius der Zweite wurde zu Ochus Adaxerxes der Zweite zu Arsis Adaxerxes der Dritte zu Ochus Darius der Dritte zu Adas hat also das Phänomen bei der Thronbesteigung hat man eben in Mediopersien den Königen einen zweiten Namen zugegeben von daher ist es verständlich dass Chores auch Darius genannt wird ein fünftes Argument wir haben dann eine enge Verbindung der Schlussnotizen in Kapitel 1 Vers 21 mit Kapitel 6 Vers 29 ja ich lese die mal kurz Daniel 1 21 im ersten Kapitel heißt es am Ende Daniel blieb bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyrus in königlichen Diensten und in Kapitel 6 Vers 29 heißt es dieser Daniel war ein einflussreicher Mann unter der Regierung des Darius und so nach dieser Lesart von Weisman nämlich unter der Regierung des Bersers Kyrus also ist ihre Verbindung zwischen dem Ende von Kapitel 1 und dem Ende von Kapitel 6 da Daniel 6 den Erzählungsteil 1 bis 6 abschließt wäre bei einer Identität von Darius der Meder mit Chores diese enge Verbindung zwischen diesen beiden Schlussnotizen die ich gerade gelesen habe natürlich noch auffälliger so weit so gut aber es gibt eine Gegenargumentation und obwohl ganz viele auch gläubige Exegeten das jetzt sehr stark favorisieren diese Idee von Weisman also Darius Exegetische Übersetzung ist durchaus unwahrscheinlich sie ist wenig wahrscheinlich da das sprachliche Phänomen als solches relativ selten auftritt es kommt vor aber es kommt extrem selten vor und zweitens kann man sagen wenn der Autor ihre Identität betonen wollte wenn der ausdrücken wollte dass Darius Demeter identisch ist mit Chores dem Perser dann hätte er es ja viel viel klarer formulieren können als mit diesem völlig doppeldeutigen und also die Übersetzung ist eher unwahrscheinlich dann zweites Argument und das ist ziemlich gravierend die Altersangabe von 62 Jahren passt nicht zu Chores Chores bestieg den persischen Königsthron von Anshan 559 vor Christus als sein Vater Kambüsses der erste starb nach Xenophon begann dann die militärische Karriere des Chores mit ungefähr 27 Jahren als er zu Beginn des Krieges mit Babylon versuchte weitere Verbündete gegen Babylon zu rekrutieren das lesen wir in Xenophon in seinem Kyripedia kann man das nachlesen etwa ein Jahr später im neunten Jahr Naboniz besiegte Chores der zweite den Lüderkönig Krösus der bekannte Schwuchner bin ich Krösus also weil er so unermesslich reich war hat er den besiegt um die Kriegskasse aufzubessern und eroberte dessen Hauptstadt Sardis im Jahr 547 vor Christus da ist auch ein Sendschreiben der Offenbarung hingegangen nach Sardis und dieser legendäre Lüderkönig Krösus wurde 547 vor Christus besiegt als Babylon acht Jahre später fiel war Chores erst 36 und eben nicht 62 Jahre alt wie sein Onkel und Bruder seiner Mutter der Mederkönig Kyaxares II der war nämlich tatsächlich das war sein Onkel weil es eben der Bruder seiner Mutter war Kyaxares II und der war noch Mederkönig und Chores selbst war nicht so alt gestorben sondern er starb mit 45 Jahren selbst wenn Chores II bereits 590 geboren worden wäre wie manchmal in der Literatur angegeben wird sein Geburtsjahr ist praktisch umstritten manche datieren in 590 vor Christus schon wäre er beim Herrschaftsantritt über Babylon was 539 vor Christus war auch nicht 62 Jahre alt sondern 52 Jahre alt aber wahrscheinlicher ist das vielfach bezeugte Geburtsdatum 575 vor Christus und dann wäre er 36 Jahre alt als er das eingenommen hat außerdem führte Chores noch 8 Jahre nach dem Fall Babylons ein Heer ins Feld also sogar an der Spitze eines Heeres und das ist extrem unwahrscheinlich dass ein 70 Jähriger denn das wäre dann 62 plus 18 70 Jahre es wäre extrem unwahrscheinlich dass ein 70 Jähriger noch an der Spitze eines Heeres ins Feld zieht außerdem bestieg sein Sohn und Nachfolger Kambüsses der Zweite im Jahr 530 vor Christus den Thron bekanntlich in jungen Jahren das würde dazu passen dass er eben mit 45 starb Chores und eben nicht mit 70 sondern mit 45 starb und sein Sohn dann eben auch noch jung war und in jungen Jahren auf den Thron Persiens kam also Summa Summarum ist das angegebene Alter von 62 Jahren bei Regierungsantritt ein starkes Argument gegen die Identität von Chores und Darius Demeda das scheint doch nicht so zu passen bis zuerst bejubelt wurde drittens der Vater des Chores war nicht Ahasverus sondern Kambüsses der Erste und Kambüsses der Erste lebte von 602 vor Christus bis 559 dann starb er und dann kam sein Sohn mit sehr jungen Jahren auf den Thron sein Großvater hieß Chores der Erste der war von 657 bis 600 vor Christus und sein Urgroßvater Teisbes 700 bis 640 vor Christus also man hat da sehr genaue Angaben über die Vorfahren von Chores und nirgendwo tritt hier Ahasverus auf Weismens Vorschlag wonach Ahasverus ein alter achemenidischer Königstitel sei also kein Eigenname sondern Sohn des Ahasverus als Königstitel ist aber eine bloße Vermutung und völlig unbewiesen Viertes Argument die Doppelbezeichnung einer Person als Chores der Perser und Darius der Meder ist ebenfalls unwahrscheinlich genauso wie die epiksegetische Übersetzung von Waf Es ist sehr unwahrscheinlich dass ein und dieselbe Person innerhalb eines Buches innerhalb von wenigen Versen die auseinander sind also in unmittelbarer Nähe ein und dieselbe Person einmal Darius der Meder und ein andermal als Chores der Perser vorgestellt wird die Identität wäre viel wahrscheinlicher wenn Darius der Perser mit Chores dem Perser wechseln würde dann wäre es leichter nachzuvollziehen dass es die gleiche Person ist weil diese Doppelnamengeschichte existiert aber Darius der Perser und Chores der Meder ist eben eher unwahrscheinlich dass das so auftaucht ein fünftes Argument ist hier nicht mehr drauf auf der Folie die Klammer zwischen 1 Vers 21 dieser Schlussnotiz Daniel blieb bis in die Regierungszeit des Chores und 26 die existiert sowieso auch wenn Darius der Meder von Chores dem Perser unterschieden wird also das ist eh kein starkes Argument gewesen also die große Freude die herrschte über diese Entdeckung Weismans oder diese Idee Weismans wo man diesen gotischen Knoten des Problems praktisch durchschlagen hat durch eine ganz geniale Lösung Darius der Meder ist Chores der Perser die auch von vielen bibeltreuen Auslegern vertreten wird ist bei näher Ansicht doch nicht so gut unterstützt wie man das sich wünschen würde eine andere Alternativlösung für dieses Problem Verstarius der Meder ist auch dann entstanden und zwar durch eine Entdeckung durch eine neue Übersetzung der Chronik des Nabonidus kam es zum Vorschein die hat Sidney Smith besorgt 1924 dass Kuparo und Kuparo gar nicht die gleichen Personen sind sondern dass diese Personen in den Keilschrifttexten das war vom Schriftbild sehr ähnlich ausschaut aber dass sie nicht eine Verwechslung sind oder eine Variation der Schreibweise sondern dass es wirklich zwei verschiedene Personen sind und dadurch gibt es ganz neue Perspektiven weil das war ein Problem dass es zu Unstimmigkeiten kam und diese Unstimmigkeiten kamen zustande dass man diese Person identifizierte Kuparo und Kuparo aber durch Sidney Smith 1924 kam eine neue Übersetzung raus alternativ ist also die Identifikation mit Kuparo dem Stadtteil der Babylons und des Gebiet jenseits des Stromes da gehört Syrien Phönizien Palästina dazu das allerdings unterschieden werden muss dieser Kuparo von dem persischen Feldherrn Kuparo das war der der im Auftrag des Chores Babylon erobert hat und der drei Wochen nach der Eroberung starb und das hat man praktisch durch die Neuübersetzung der Chronik des Nabonidus entdeckt dass man das doch unterscheiden müsste diese zwei Leute und dadurch ist diese Neuidentifikation Kuparo der Kopryas von Xenophon und Herodot aber das ist nicht der Ukbaro das ist nur der Kuparo das sind andere als der Ukbaro Bahnbrechen für diese Position wirkte dann Wittkamp Darius the Meat 1959 und auch nochmal 1963 der mit großer Liebe zum Detail argumentiert also sehr gelehrt der Wittkamp Wittkamp nahm an dass Kuparo bereits am 29.10. 539 also nur 17 Tage nach der Einnahme Babylons zum Stadthalter ernannt wurde und bis 525 vor Christus regierte als Stadthalter von Babylon unter der Oberhoheit praktisch von Chores diese Meinung behält alle Vorzüge der Hauptmeinung bei die von 1880 bis 1935 in Kraft war wo von den meisten akzeptiert wurde und erweist dann Rawles Kritik als gegenstandslos weil ja der Ugbaro jetzt rausfällt und diese Unstimmigkeiten wegen Ugbaro praktisch hinfällig sind weil er gar nicht identifiziert wird also es war eine sehr elegante Lösung eine sehr tolle Alternative auch noch zu Chores was Wiseman vorgebracht hat jetzt hat eben Woodcom eine zweite Alternativ Lösung zu dieser Reflexion Hypothese aufgestellt Mitcom folgten dann namhafte Leute wie Friedrich Delitz G.D. Wilson W.F. Albright und weil diese Kapazitäten sich dann dieser Meinung anschlossen haben dann auch viele bibeltreue Ausleger bis heute hat sich diese Meinung weit verbreitet unter bibeltreuen Auslegern und wird auch heute noch vehement vertreten aber auch hier gibt es Einwände Grabe konnte nachweisen verschiedene Dinge die dann auch eine Schwierigkeit sind für diese Theorie nämlich Gubaru hat das Amt des Stadthalters nicht vor dem vierten Jahr der Herrschaft des Chores über Babylon erhalten also das hat Grabe dann nachgewiesen dass der nicht so schnell Stadthalter wurde sondern erst im vierten Jahr der Herrschaft des Chores von daher würde es dann nicht zum Darius passen dann zuvor hielt es nämlich eine Person namens Nabu Ahe Bullit der war Stadthalter diese Person hat das Amt bereits während der letzten Jahre des Nabonidus des letzten Königs des Vaters von Belshazzar des letzten Königs von Babylon inne und hat es auch noch die ersten Jahre des Persönischen Reiches inne als Stadthalter und von daher ist da kein Platz zu dieser Zeit für Gubaru hinzu kommt wie oben bereits ausgeführt dass Kambüsses kurzzeitig den Titel König von Babylon führte von daher steht der Titel König gar nicht zur Verfügung für Gubaru weil der Kambüsses König genannt wurde von Babylon also auch das ist nicht vorbehaltslos oder gesichert dass diese Identifizierung Gubaru jetzt zutreffend ist und jetzt ist interessant dass nach all diesem hin und her hat man kommt man eigentlich wieder zurück für etwa zu einer Meinung die vor 1880 die Hauptmeinung war nur dass man es auch neu und intensiver begründet diese Meinung ist die Hauptmeinung von vor 1880 dass dieser Kyaxaris der zweite dieser letzte Mederkönig der von Xenophon beschrieben wird als Schwiegervater von Chores und der damals noch die Oberhoheit hatte über das Medo-Persische Reich und der Chores sich ihm auch bewusst unterordnete dass dieser Kyaxaris der zweite Darius der Meter ist diese Position wurde kraftvoll wiederbelebt durch Samuel Hirsch 1985 und vor allem S.D. Anderson 2014 2016 durch diese Doktorarbeit dann Ersi Young 2016 nochmal 2021 und Jonathan Paul Tanner der vielleicht den allerbesten und stärksten Daniel-Kommentar geschrieben hat den es überhaupt gibt im Jahr 2020 also das sind interessante Leute durch diese Personen wurde diese Meinung wiederbelebt dass es doch Kyaxaris der zweite ist nach 1880 wurde diese Prozedur nur sehr selten vertreten aber ist jetzt wieder belebt worden und zwar hat da eine Voraussetzung gewechselt indem diese Autoren entgegen dem allgemeinen Trend die historische Überlegenheit von Xenophons Zyropedia also seiner Biografie romanhaften Biografie über Chores dass diese historisch gesehen wesentlich zuverlässiger ist als Herodot und das macht er die historische Geschichte ganz genau andersrum und Herodot zeigt sich als unzuverlässig weil er zum einen Kyaxaris den zweiten komplett auslässt der aber doch existiert haben muss wie Xenophon uns zeigt dann erstaunlicherweise erwähnt Herodot auch nie den Namen des Feldherrn Ugbaru der Babylon für Chores erobert hatte und das ist eigentlich auch eigenartig dass wo viele Details gebracht werden dass dieser Name fehlt bei Herodot also dieser Umschwung entgegen dem allgemein immer noch vorherrschenden Trend Herodot und die Keilschrifttexte vorzuziehen gegenüber dem Zeugnis von Xenophon was eindeutig ist wird das jetzt umgedreht und Xenophon bekommt wieder stärkere Beachtung und Herodot wird nicht so als zuverlässig angesehen dagegen spielt Kyaxares der Zweite in Xenophons Cyropedia also in diesem Roman über Chores eine herausragende Rolle und wirft total Licht auf das was wir in Daniel 6 haben und wir haben das Zitat von Kyle gehört ich will es nochmal lesen das war nicht total interessant der Bericht des Xenophon über Kyaxares den Zweiten stimmt so völlig mit der Erzählung Daniels über Darius in Meda überein dass wie hitzig bekennt die Identität der beiden über jeden Zweifel erhaben ist aber dann hat man Keilschrifttexte gefunden Kyaxares kam nicht vor man hat Xenophon abgewertet zugunsten von Herodot und so hat man das dann alles weggewischt aber jetzt wird das wieder neu aufgelegt und folgendes ist die Lage bei Xenophon spielt dieser Kyaxares der Zweite eine herausragende Rolle als letzter König der Meda dem Chores nach dem Fall Babylons in Anerkennung der medischen Oberherrschaft der war natürlich älter aber es war sein Onkel und es war formell noch der König des Medo-Persischen Reiches und er hat sich ihm untergeordnet und hat in Anerkennung der medischen Oberhoheit über die Perser einen Palast in Babylon als König Residenz bereitgestellt für Kyaxares den Zweiten sodass der jederzeit nach Babylon konnte dort in dieser Königlichen Residenz als König der Meda regieren konnte bis er kurz darauf dann auch nach zwei Jahren etwa starb und er war auch 62 Jahre alt dieser Kyaxares erst nach dem Tod des Kyaxares der Zweite etwa zwei Jahre später folgte ihm sein Schwiegersohn Chores der Zweite auf dem Thron und jetzt kommt der Umschwung erst jetzt nicht 550 vor Christus sondern erst jetzt 537 vor Christus bekommen die Perser die Oberhoheit über die Meda von da ist es auch völlig korrekt wenn Jeremia und Jesaja davon sprechen dass die Meda Babylon erobert haben denn Kyaxares war die hatten ja auch die Oberhoheit im Medo-Persischen Reich zu dem Zeitpunkt erst kurz danach ist es gewechselt zur persischen Oberhoheit aber noch nicht bei der Eroberung Babylon sondern erst zwei Jahre später und Xenophons Zeugnis wird auch unterstützt durch die Haran-Stehle durch Berösus durch Habau Kration und Josefus Josefus hat das auch sehr unterstützt was Xenophon gesagt hat darüber hinaus wurde die historische Zuverlässigkeit der existierenden Inschriften die ja mit Herodot übereingehen wo Kyaxares der zweite überhaupt keine Rolle spielt gar nicht erwähnt wird diese historische Zuverlässigkeit der existierenden Inschriften die Herodots Narrativstützen wurden infrage gestellt und jetzt als Tendenz und Propagandastriften betrachtet das ist jetzt interessant also nicht als eine zuverlässige historische Quelle der man in allem trauen darf sondern als staatliche Propagandaschriften die von Chores in Auftrag gegeben wurden das niederzuschreiben und zwar fällt unter diese Schriften der Sippa-Zylinder mit dem Traumtext des Nabonidus der Chores-Zylinder die Chronik des Nabonidus und das Ziel dieser Propagandaschriften das sind alles Propagandaschriften des Chores war durch ein bewusstes Verschweigen beteiligter Personen seinen eigenen Ruhm zu maximieren und da ist es einfach ausgelassen worden dass zu der Zeit noch Kyoxares II eigentlich die Oberherrschaft hatte hat er einfach ihn unter den Tisch fallen lassen nach ausführlicher Untersuchung nennt er Siyang folgende acht Vergleichspunkte zwischen Daniel dem Meder und Xyaxares den zweiten beim Geschichtsschreiber Xenophon in seiner Syropedia also diesem Roman über Chores acht Vergleichspunkte zwischen Daniel VI und dem Historiker Xenophon Einmal erstens erstens die Existenz von Darius dem Meder wird seitens historisch-griechischer Theologen genauso in Frage gestellt wie die Existenz von Kyoxares dem zweiten weil sie sich eben auf die Keilschriftdechse und Herodot stützen die dann nicht haben Das ist so heute das Übliche Gleichzeitig gibt es aber kein überzeugendes Motiv weshalb Daniel Darius den Meder erfinden soll und warum Xenophon diesen Kyoxares erfinden soll gibt es kein Motiv haben nicht wirklich Anlass also wenn man Daniel als echte Prophetie ansieht natürlich dann gibt es überhaupt keinen Anlass warum er hier Darius den Meder erfinden sollte und es gibt auch keinerlei Anlass warum der Historiker Xenophon der sehr genau ist auch in den militärischen Beschreibungen warum der den Kyoxares den zweiten als Onkel von Khoris erfinden sollte Das ist erste Gemeinsamkeit Zweite Gemeinsamkeit Beide sind Zeitgenossen Khoris des Großen Sowohl Darius der Meder als auch Kyoxares die sind Zeitgenossen Khoris des Großen Kyoxares der zweite als Onkel des Chores sogar identifiziert Beide werden König der Meder genannt Darius König der Meder genannt und Kyoxares sowieso bei Xenophon ist es der letzte König der Meder Beide haben Autorität über die Perser mindestens bis kurz nach dem Fall Babylons weil Darius wird zuerst genannt und er ist Darius übernimmt die Königsherrschaft er wird als König eingesetzt er ist der Oberkönig im Medo-Persischen Reich und erst nach seinem Tod wird Khoris der Herrscher und es geht in die Medo-Persische Königsherrschaft über also mit der Persischen Vorherrschaft innerhalb der Medo-Persischen Herrschaft Beide starben innerhalb von maximal zwei Jahren nach dem Fall Babylons ihr Nachfolger war jeweils Khoris Beide erscheinen nur mit einem Namen in Daniel erscheint er nur mit Darius der Meda bei Xenophon erscheint er nur mit Kyaxares der Zweite aber Josephus sagt dass Darius bei den Griechen noch mit einem anderen Namen genannt wurde und es in jeder Zeit üblich war dass ein König bei Regierungsantritt einen Thronnamen erhielt also von daher ist es kein Problem diese beiden zu identifizieren dass es da zwei Namen gibt Josephus sagt er wurde mit einem anderen Namen genannt dieser Darius bei den Griechen beide zeichnen sich aus durch Gewalttätigkeit und Unvernunft also es ist voll unvernünftig dass der auf den Vorschlag der Beamten eingeht in Daniel 6 und auch sehr gewalttäglich werden dann die ganzen Familien dann ausgerottet von den Verschwörern auch das Bild was uns Xenophon zeichnet von Xyaxas II war dass der Mann ein bisschen schräg war indem er sehr ehrbesessen war und manche verrückte Sachen tat und auch sehr gewalttätig war dass er brutale Strafen verhängen konnte Beide waren prahlerisch haben gern angegeben sich nach vorne gepusht und endeten ihren Kurs sobald man ihnen etwas anbot das größere Ehre und Reichtum einbrachte also er konnte manipuliert werden von ihrem Umfeld mit Ehre und noch mehr Reichtum da war er sehr drauf aus und das macht es auch glaubwürdig was wir in Daniel 6 haben dass er so an sich völlig unsinnigen fehl niemand darf zu einem Gott beten für 30 Tage dass er sich einlässt sowas zu erlassen da haben die genau getroffen was so die Schwachstelle von Kyaxares dem zweiten war nämlich wenn es um seine Ehre ging war er bereit manches zu tun um seine Ehre zu maximieren Fazit wir sehen Auslegungsgeschichte ist oft spannender als ein Krimi Geschichtsquellen und archäologische Funde widerlegen nicht die Bibel sondern sie müssen korrekt interpretiert werden und das ist natürlich oft nicht einfach zum Beispiel die Anschauung dass wir es hier um Propagandaschriften zu tun haben das hat sie nach vielen Jahrzehnten der Forschung sind manche Forscher auf diese Idee gekommen das so zu sehen und das sieht alles plötzlich in etwas anderem Licht aus also es braucht auch die richtige Interpretation die Bibelkritik ist wie zum Beispiel auch diese Reflexionshypothese ist nicht als bewiesen zu betrachten es gibt bibeltreue Alternativen zum historisch-kristischen Mainstream gerade bei Daniel Darius Semeda gibt es definitiv diese drei Alternativen die auch geglaubt werden das eine ist mit Chores das andere ist Gubaru alias Gubrias und die dritte ist es doch Kyaxares der zweite nach Xenophon klar ist auch dass die Reflexionshypothese unvereinbar ist mit Bibeltreue also das ist so gegen das Wort Gottes eine solche Annahme dem Verfasser sowas zu unterstellen überhaupt das ganze Buch ins zweite Jahrhundert zu verlegen ist schon mit den biblischen Angaben nicht vertretbar die Reflexionshypothese ist völlig unvereinbar mit Bibeltreue und man muss da auch aufpassen wenn man in einer christlichen Gemeinde ist dass die Übernahme bibelkritischer Positionen durch Neo-Evangelikale zum Beispiel was auch durch die Organisation Worthaus so unter das Volk gebracht wird das sind gläubige Leute keine Frage aber sie machen bibelkritische Sachen salonfähig in den Gemeinden die Jahrzehnte und Jahrhunderte nie geglaubt wurde in bibeltreuen Gemeinden und das ist dann aber eben kein Fortschritt sondern eher eine Gefahr für den Glauben also wir brauchen uns da nicht einschüchtern lassen lassen und jetzt sagen ja die Reflexionshypothese ist bewiesen wir müssen es halt so annehmen dass Darius der Meda ein reines Konstrukt des Verfassers ist das müssen wir gar nicht es gibt bibeltreue Alternativen und nachdem was ich jetzt erforscht habe zu diesem Thema ist für mich persönlich die Alternative mit Kyaxasem Zweiten dass diese alte Position doch die richtige Position ist für mich eigentlich am überzeugendsten aber das will ich damit nicht sagen dass es jetzt absolut bewiesen ist dass es das ist es gibt Alternativen zur Reflexionshypothese und das ist die wichtige Aussage hier an dieser Stelle